Ich bin ehrlich, Leute, ich komme nicht hinterher mit Beeten und aufsammeln. Hier ist ja wirklich die reinste Fundgrube. Die respawnen einfach alle hier, sterben an allen Naslangen irgendwer. Ich habe gerade schon fröhlich gesammelt. Und in einer Tour kommen hier neue Leichen. Alter, warum sterbt die denn hier alle hier? Ich hatte gerade den halben Raum schon leer, oh mein Gott. Aber, alter Falter, das gibt gerade so viel Loot. Aber so viel, so viel. Ich hoffe, in der Zwischenzeit stirbt uns Tobi da nicht weg. Nutzt nur die Zeit mal ein wenig. Bam, um hier einfach, ja, ein wenig zu plappern. So. Wir wählen für so viele gerade, das ist, das ist, oh mein Gott. Ich frage mich nach, in welchem Schema oder wann die auftauchen, wie oft die auf meine Konsole gesponnt, also repliziert werden. Guckt euch das an, Hiebfundrate plus sieben, Waffenangriff plus sieben. Da war schon wieder Tobi. Aber wahrscheinlich haben sich mehrere Leute Tobi genannt. Nuia. Ich glaube, hier kann man sich so richtig voll sammeln. Ich möchte nur die Chancen nicht verpassen. Was ist, wenn wir hier nicht mehr jetzt hin zurück können danach? Gut, mache ich hier einfach einen kurzen Cut und sammle einfach nochmal ein bisschen was. Bis gleich. So, ich habe jetzt mittlerweile, keine Ahnung, 20 Minuten oder sowas gefarmt. Das ist der Hammer, was hier an, an die Leute sterben. Ich habe ja in der letzten Folge am Anfang gesagt, okay, ich weiß jetzt, wo man viele Leute farmen kann, aber hier geht es ja mega ab. Nuia, hatten wir auch schon. Und ich glaube, manche kämpfen sich hier gerade richtig, richtig die Finger wund, wenn das jetzt gerade der Fall ist. Ihr seht, es ist alles leer, gleich ist wieder alles voll. Ich gebe mein Bestes und versuche hier wirklich alles so schnell wie möglich zu leeren. Klappt aber nicht so gut. Verbindungsnetzwerk, Genesis. Das gleichste Platz wahrscheinlich wieder übersät von Leichen. Oh, zwei B, aber mit kleinem B. Muge. Hier auch noch dein Gebet. Ja, ich weiß, ich bin gleich soweit. Noch ein bisschen durchhalten, 9S. Wir haben es gleich. Ich starb da. Sehr gut. Oder wir haben jetzt ein... Oder wir dürfen jetzt nicht mehr mit dem Looten. Keine Ahnung, ob die anderen gleich wieder auftauchen. Ich habe einen Erfolg bekommen, das war irgendwas von wegen Hass aus Gier. Ich weiß es nicht mehr. Äh, nee. Keine Ahnung. Müsste ich mal selber nachgucken, mache ich jetzt aber aktuell nicht. So, wir sind gleich da. So. Ja, ja, nein, 9S, wir sehen dich. Alles gut. Geht's dir gut? Lol. Nein, nein, nein. 2B. Komm mal. Let's go home. Ich frage mich echt, ob wir jetzt nochmal hierhin zurückkommen. Ladesystem wird überprüft. Lebenszeichen grün. Blackbox-Temperatur normal. Okay. Oh mein Gott. Ich habe meinen ganzen Speicher vollgehauen mit Chips jetzt. Yoha, for the glory of mankind. Und das sollten wir jetzt auch schon sein. Hoffentlich zurück. 9S really went through hell. You're the boss. You want him sent up to command body and all? I'll make it happen. Thanks. Oh. What? Just, you've never been much for gratitude. You know? Not that I'm behind or anything. Oh, I also have a message for you. Command needs you to contact them ASAP. Got it. Okay. Ups. Falsch. This is 2B. Patch me through to the commander. Oh, hey 2B. Roger that. Give me just a second here. 2B. Good job destroying that machine. Upon further analysis, we learned that the machine, codenamed Adam, was responsible for managing half of their entire network. A disruption of this magnitude to their network. The machine should weaken the machine significantly. What's going to happen to 9S? He'll undergo a full data overhaul up here. Assuming we don't encounter any problems. We're planning to partner him with you again. Thank you. In the meantime, I have another mission for you. I've mailed you the briefing. Go ahead and take a look. Understood. Okay, wir haben ein E-Mail. Report. Mail notification received from Access Point. Nee, echt? Okay. Ich habe noch einen Brief. Ich habe mehrere Briefe. Knallkopf angeln. Hey, tut mir leid, dass ich dich damit einfach so überfalle. Aber ich habe einen Fisch, den ich der Joha-Einheit empfehlen will. Ähm, eigentlich will ich, dass du ihn isst. Damit ich die Auswirkungen seines Öls auf Joha-Einheiten studieren kann. Du weißt schon. Für die Wissenschaft. Wie auch immer. Komm vorbei. Wenn dir langweilig ist, ich zahle. Knallkopf. Ach so. Mein Freund, ich habe das Gefühl, schon Ewigkeiten nicht mehr mit dir gesprochen zu haben. Hm. Wie alt ist die Mail? Viele Kaufhäuser in unserem Dorf haben vor kurzem neue Gegenstände erhalten. Und ich wollte sicher gehen, dass jedes Mitglied von Joha darüber Bescheid weiß. Des Weiteren würde ich mich freuen, wenn dir wieder einfallen würde, dass es da draußen einige gibt, die, obwohl sie Maschinenwesen sind, bereit sind, ihre Herzen zu öffnen und solch wertvolle Informationen zu teilen. In Freundschaft Pascal. An alle Benutzer. Der Hauptserver des Bunkers nähert sich der maximalen Auslastung. Bitte organisieren Sie Ihre Ordner und löschen Sie alle Daten, um mehr Platz zu schaffen. Außerdem gibt es viele Mitglieder mit gespeicherten Musik- und Videodateien, die für ihren Einsatz unwesentlich erscheinen. Diese Daten müssen umgehend auf den lokalen Speicherplatz transferiert werden. Okay. So. Die Zerstörung von Codename Adam war ein empfindlicher Schlag für das Netzwerk des Feindes. Ich habe bereits bestätigt, dass zahlreiche Maschinenwesen als Folge vom Netzwerk getrennt wurden. Doch nur, weil sie nicht mehr mit, äh, nicht mehr verbunden sind, darum Verbindung im Netzwerk, bedeutet dies nicht, dass sie keine Bedrohung mehr darstellen. Es ist höchstwahrscheinlich, dass sie unsere Operation weiterhin stören werden. Tobi, ich möchte, dass Sie Informationen über die Maschinenwesen sammeln. Melden Sie sich bei mir, sobald Sie die Maschinen sehen, die sich seltsam benehmen und halten Sie mich über die Aktivitäten auf dem Laufen. Das ist alles. Oh, geil. Ähm. Nein. Procure information from the machine lifeform known as Pascal. Hm. Ich glaube, er könnte etwas wissen. Pascal, kann ich mich hören? Oh, hallo, 2B. Do you need something? Ich muss wissen, ob Sie sehen, ob Sie noch neue Trends oder Verhältnisse zwischen den Maschinen. Neue Trends? Hm. Hm. Well, 2 Tage ago, ich wurde von ein paar Maschinen, die sich verabschieden von der Netzwerk verabschieden. Sie wollten eine Begründung im Krieg. Keine Wurrung. Wahrscheinlich, sie suchen eine Begründung mit unserer Stadt. Wenn das was sie wollen, warum nicht sie in? Ich glaube, sie arbeiten auf eine Kolonie von ihren eigenen. Sie sagen nicht. Wahrscheinlich, sie ist in der Abandung geplant. Ich kann euch die Koordinaten, wenn du möchtest. Bitte. Interessant. Mega interessant. So, haben wir ein paar Sachen gesammelt, die wir jetzt für Upgrades benutzen können. Ja. Uraltes, Eisnerhülle. Bestienlord. Hast du schon ewig nicht mehr benutzt? Ach, das haben wir bekommen. Oder? So. Aufgewertet, aufgewertet. Kommen wir halt wieder. So, jetzt sollten wir mal kurz gerade eben die Zeit nutzen. Ja, ja. Die Zeit nutzen, die Waffen neu zu sortieren. Was haben wir jetzt für schöne Waffen? Waffen-Set. So. Waffen-Set 1. Tugendvertrag und Tugendabkommen. Hm. Tugendwürde ist immer noch voll schlecht, im Gegensatz zu den anderen. Alter. Eiserne Wille haut ja mächtig rein. Mehr als Tugendabkommen. So, und da haben wir Kleinschwerter. Tugendvertrag ist da immer noch die stärkste Waffe. Aber hier können wir doch... Okay, unter Axt. Großschwerter Speer. Wir nehmen jetzt einfach mal... ...wieder diese Lanze hier. So, das ist mein Waffen-Set 2. Alter. Geht auch nice ab. Sieht doch gut aus. Okay, äh, genug gespielt. Wir... ...rasen davon. Wir haben da natürlich noch jede Menge Nebenaufgaben. Wusch. Aber erstmal ist ja nun jetzt wichtig, auch ein... ...neinen S wieder zu bekommen. Darum haben wir zum Beispiel gerade das Wettrennen. Das Fee ist zum Beispiel eine Nebenquest, die wir noch mitnehmen können. Speichern möglich. Halt schon mal erwähnt, dass das so gut aussieht. Wunderbar, ich hab dich sofort angesehen, dass du dem Jagdfieber nicht widerstehen kannst. Okay. Nun, lass uns ein Rennen laufen. Ja, lass uns beben. Okay, dann wollen wir mal. Das kann jetzt wieder spaßig werden. Oha, da hinten hin. Ich frage mich, wie wir da am schnellsten hinkommen. Anscheinend so nicht. Und vor allem auch nicht so. Das war's schon. Klasse. So, wie komme ich da denn gut rüber? Können wir uns hier hochschieben? Nicht wirklich. Und auch sonst gibt's hier keine guten Abkürzungen. Ich wünsche, ich kann fliegen. Versuchen wir's mal so rum. So, okay. Nochmal. Okay. Ich sehe echt keine bessere Chance, als das Dach da rechts zu laufen. Na gut, verkackt. Oh, Mann. Muss doch gehen. Und nochmal. Sollte es nicht gehen, mache ich das Ganze offscreen oder cutter einfach mal, bis es geklappt hat. Kennt ihr ja schon. Hm. So. 3, 2, 1, go. Alter. Okay, Leute, ich pack's aktuell nicht. Also lassen wir das erst einmal. Ich glaube, dafür brauche ich erstmal eine Fähigkeit, die sich verlangsamen nennt. Damit können wir Gegner verlangsamen. Ich hatte es jetzt hiermit versucht. Aber das funktioniert leider nicht bei der lustigen Rennmaschine. Hallo, ihr kleinen Knallköpfe. Und los geht's. Schöne Waffe. Schöne Waffe. Werden wir jetzt mal versuchen, damit zu kämpfen. Und jetzt kommen wir endlich zu dem Teil der alten Fabrik, in der wir vorher nicht drin waren und die wir auch noch nicht gefunden haben. Also ihr erinnert euch bestimmt, wenn ihr alle Folgen aufmerksam verfolgt habt. Wenn ich irgendwann in der Maschinen-Dings rumgerannt habe, nach dem Weg gesucht. Oh, hier hoch. Und Pascal müsste jetzt schon... Da auf uns warten, wollte ich gerade sagen. Irgendwo hier. Aha. Are you ready to go? The machines you seek to form an alliance with my village are hiding out here. Still, you should probably be careful. Our machines can be rather unpredictable. Even you? In truth, yes. Now that we're cut off from the network, we no longer share data with each other. We can speak, of course, but I find the language contains many ways to hide one's true intentions. It certainly does. Okay, aber er hätte uns ja schon lange töten können, wenn Pascal irgendwas Böses vorgehabt hätte. So. Ja. Und wir kommen in friedlicher Absicht, noch. Hmm. Ja, ja, ist okay. Ich habe mein Schwert auf jeden Fall griffbereit. Ich sollte nur aufpassen, dass ich aus Versehen zugreife. Sorry, ich muss eben kurz hier sammeln. Na gut. Was ist los, Pascal? Lautst du mir auf die Möpse? Oh, hallo. Hi. Oh, war ja. Ja, sieht nicht gut aus. Hallo. Mein Name ist Pascal. Ich bin hier, um das Frieden zu diskutieren. Okay. His wondrous grace has become a God. His wondrous grace has become a God. His wondrous grace has become a God. Ohne Scheiß. Dammit. I was right. This is she. Fascinating, though. I have never seen machines with such unique perspectives. I wonder if there's a way to collect... Less talk, more running. 2B to Bunker. We've had a run-in with hostile machines in the abandoned factory. We need an immediate escape route. Communications are currently unstable. Loop a distress signal. What happened? Dammit. You also must die and become gods. The afterlife is wonderful. Don't raise Bunker frequency. And become gods. Let us become gods together. We shall become gods. We shall. Meine Fresse, es geht aber hier ab. Und jetzt mal alle down? Erstmal muss ich die ganze Zeit... So, da kommt immer mehr. Da ist nicht mehr viel sammeln. Wow! This cannot continue. Alter. Was ein abgefucktes Gemetzel. Was ein abgefucktes Gemetzel. Irgendwann muss doch hier Ruhe sein. So, ab zur alter Gewohnheit. Okay, jetzt werden wieder mehr. Okay, jetzt werden wieder mehr. Wobei, jetzt ist es jetzt besser geworden, oder? Da ist ne Kiste. Da ist noch ne Kiste. Da ist noch ne Kiste. Da kommt immer mehr runter. Ich hau jetzt hier ab. Egal. Aufzug ist da. Bitte einsteigen. Ich verlass mich auf euch. Sehr schön. Okay. Okay. Wirklich? Oh, okay. Ist nicht alle von denen so durchgedreht. Tja, da war wohl ein falscher Gott drunter. Aber ein Shop. Hey! Was hast du so? Diese Massacke muss irgendwie aufgehalten werden. Dafür helfe ich heute beim Material. Okay. Sehr schön. Kaufen. Kaufen. Wir brauchen mal wieder ein paar kleine. Peanuts. Was? Sehr gut. Dankeschön. Bitte erlöst mich. Was? Wo sind wir denn hier? Pascal kann sich teleportieren. Auch nice. Was? Oh, oh. Was ist denn das hier? Sieht aus wie Raketen. Um. So. Weißt du ihn. Okay, schöner Gang. Moment, was ist hier drin? Lol. Lass das! Ne, funktioniert nicht. Aber wir haben Karteninformationen freigeschaltet und können hier schnell speichern. Yeah! Schade. Aber zumindest haben wir hier drin jetzt einen Speicher, Dingsda Boomsda. Ein Kristall gefunden. Oh, was ist hier los? Oh, werden die Maschinen noch geschaffen? Aua! Oh, toll. Warte mal, ich will gucken, ob da oben irgendwas ist. Ne, es geht automatisch nach Rechtsseiter. Was steht denn da rum? Komm, Pascal, teleportier dich. Oh, shit. Pascal! Oh, das ist hier auch noch einer. Den habe ich total übersehen. Ich bin gerade echt etwas angespannt. Ich muss aufpassen, dass ich hier nicht zerquetscht werde. Oh, wie süß. Die halten Händchen. Also, sie sind tot, aber sie haben Händchen gehalten. Also, sie sind tot, aber sie haben Händchen gehalten.